Wow. Das ist nicht gut. Lara, Trinity sprengt sich den Weg frei. Ich merk's. Alles betet schon. Da ist eine Pyramide. Ich geh rauf zur Spitze. Hey! Sarah, wie läuft's? Gut. Es gibt Plattformen, um nach oben zu kommen. Ich muss sie nur irgendwie beschweren. Ich verliere dich. Ich habe hier Aktivität. Ich gehe jetzt näher ran. Ich muss das Tor mit einem Seilpfeil zerstören. Ich muss das Tor mit einem Seilpfeil zerstören. Ich muss einen Weg auf die andere Seite finden. Ich muss das Tor mit einem Seilpfeil zerstören. Was ist das? Was ist das? Ah! Was ist das? Was ist das? Oh, 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 oh. Oh, come on. Das war's für heute. Die Glockenplattform hängt fest. 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 Das sieht wie eine Reihe von Katastrophen aus. Ein Tsunami. Ein Sturm. Ein Erdbeben. Ein Vulkanausbruch. Soviel zum Gott der Schöpfung. Na ja, bei den Maja ist Kukulkan der Gott der Schöpfung und der Zerstörung. Hm. Das sieht wie die Hydra-Konstellation aus. Aber die Sterne sind falsch angeordnet. ... ... Ja, ja, ja. Nein. Jonah, ich hab einen Dolch gefunden. Und da ist eine Endschrift. Der Schlüssel zu X-Chels Herz leitet die Säuberung ein. Trinity darf das auf keinen Fall kriegen. Lass uns nachdenken. Scheiße, Lara, zu dir kommen ein paar Trinity-Wachen. Was hab ich getan? Scheiße! Jonah, geh weiter rauf! Oh nein, du hast ihn genommen, oder? Schnell! Sie sind unterwegs. Wer? Dr. Dominguez und mehr Männer. Wir haben wohl gefunden, was wir suchen. Gut. Dann beginnt die Belagerung. Ja, deshalb kriegen wir auch Verstärkung. Ja. 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 Ja, ich hab's gehört, okay? Dominguez kommt heute ab. Schon klar. Ich sage, der Hegen wird alles überfluten. Was denkst du denn, was ich mache? Ich überprüfe gerade die Pumpe. Okay. Sorgen wir dafür, dass alles okay ist. Wie läuft's mit der Pumpe? Antworte endlich! Bist du schon fertig mit der Pumpe? Ja. Jetzt ist keine Zeit für Spielchen, Blödmann. Steckst du am Abzug fest? Ich habe keine Zeit für Spielchen. Ich habe keine Zeit für Spielchen, blödmann. Komm und hilf mir mit der Beleuchtung! Operation Blackout wurde eingeleitet. Kein einheimischer Arbeiter. Kommt lebend hier weg. Scheiße. Wir haben das geplant. Die gesamte Umgebung sichern. Was da wo drin sein mag. Weiß ich nicht, aber die Werte sollen jeden Rahmen sprengen. Sorgen wir einfach dafür, dass alles sicher ist, wenn Commander Rogue einen trifft. Wir sind bereit. Inspektoren kommen. Bereit machen. Verdammt. Ach, keine Sorge. Krieg ich hin. Das dauert viel zu lange. Falls Dominguez auf uns warten muss, wenn er kommt, wird es unangenehm. Was läuft da am Tor? Die Archäologen sind da. Jetzt schon? Status? Ja. Operation Blackout läuft derzeit vor den Zeitplan. Ich hasse diesen. Was ist das? Du hast keine Privilegien mehr. Hier ist Gamma nieder. Operation Blackout abgeschlossen. Keine Zeugen und Städte gesichert. Keine Zeugen und Städte. Ich muss schnell sein. Okay, entsorgen wir die Leichen. Du, hörst den Polizeivordat. Sag Bescheid, wenn die Schüsse nicht mehr werden. Groove und die Verstärkung sind unterwegs. Alles muss bereit sein, wenn sie eintreffen. Scheiß Archäologen. Zum Glück sind wir die los. Die haben schon ewig versucht, uns davor haben zu torpedieren. Was haben sie jetzt davon? Hoffentlich war es das wert. Richtig. Die Arschlöcher waren zu neugierig. Basislager, hier ist Gamma-Leader. Wo bleibt die Verstärkung? Was soll die Scheiße? Bereich gesichert, aber wir brauchen Deckung. Jemand hat bestimmt was gehört. Teil 2 des Plans. Wir sagen, wir haben ein tollwütiges Dschungelfieh erschossen. Aber da sind noch mehr. Wir halten sie auf, solange es geht. Basislager, das Signal lässt nach und rauscht. Basislager. Halt, 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 halt! Wer ich die über weitere Schüsse bestätigen, hören Sie mich? Das können wir Beine machen. Das kannst du doch besser. Keine Position her! Geht mit Deckung! Position unter Beschuss! Die Motorherr SyndGHIату! Sie metrics! SWEIN! Dann, thu Gehtima! Wasserradar! Wir machen auch ein력πε... Hey, Spacekradar! Wir gehen! Spaz Muito! Das funktioniert! Aber Está da, alle tun子... Wir machen uns. Aber es sch Monster Laber! Wir machen uns. Untertitelung des ZDF, 2020 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 hoffentlich waren das alle Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020